So, jetzt halt. So, was passiert wohl, wenn man... Ein... Einzündet? Ah, sieht ja nicht. Krass. Alice, ich fotografiere hier mal weiter, ja? Super. So, das war eine. Krass. Jetzt schwenken wir mal rüber. Nicht, dass man denkt, meine Herren, wir hätten uns gut vorbereitet. So, 2.538 Durchschnittsbällen. 2.538 Bälle. Ja, gut, Alice. Gut. Jetzt gehen wir weg. Okay, Alex, kannst du nicht hin? Ach, krass. Scheiße, gut Wind. Ja, vielleicht kommt die Feuerwehr. Krass. Alter, der Kaminmann. Oh. Wenn die Steine springen, haben wir ein Problem. Was machen wir denn jetzt? Ein Weifern schon? Der kommt nicht. Krass, Alter. Das ist übertrieben hoch, man. Mein Gott, ich soll aufhören. Ist der Wahnsinn. Ja, das ist doch geil. Okay. Ich hab dein Sack hier unter dem Schwanen worden, oder? Ich glaub, Alice, ich möchte gerne ganz schnell nach Hause kommen. Das ist schon sehr geil. Ah, halt. Das ist nicht ganz so schnell, weil... Ich hab' noch Schiss vor diesen Steinen. Ich hab' noch Schiss vor diesen Steinen. Tschüss. Tschüss.